Ich setze den Sensor ein. Ich setze den Sensor ein. Hab sie. Ich habe hier... Ja, Bärbeerenfalle habt ihr geschlagen. Einer in der Bärbeerenfalle. Wo hast sie gelegt? Ich setze den Abschlag-Sensor ein. Ich setze den Sensor ein. Oh nein. Ich setze den Sensor ein. Oh nein. Feindlich aktiviert. Bedrohung neutralisieren. Molition ist leer! Ja. Am Nachladen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Zugefahrgutbehälter sichern. Letzter verbleibender Gegner. Feindliche Angst. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ja. Ja. Einen hab ich. Oh. Wo sind... Wo sitzt denn der... Den hab ich. Den hab ich. Mein Gegner verbleibt. Den Behälter sicher. Gegner eliminiert. Gegner eliminiert. Ich fasse auf. Da hab ich genau gewusst, dass ich hier hinten bleib. Das ist besser. Er war. Bewusstsein? Wie ist das? Wie ist das richtig? Mer heb ich sicher. ch Ein Gegner verbleibt. Der Super C hat einen in der Klatsche und er schiebt einfach mal das Bild rum. Bombenträger hab ich. Wer sind Heule? Oh Gott! Sollte man nicht eigentlich Heule oder Monster? Hab ich. Ich hab auch ein Schild. Jo. Okay, okay. Oh. Oh. Bleib mal so. Alter, ich hab dir einen Arsch erinnert, der wollte ich mehr so. Bleib mal so. Nicht bewegen. Wenn er jetzt kommt, hab ich einen Teddy. Habe ich. Weil die sehen nicht, dass ich hinter dir stehe und schieße, weißt du. Die sehen bloß den Schild. Ja. 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 Ich gucke. Ich stehe hinter der Seite. Er kann mich gar nicht treffen. Ich stehe komplett... Ja, nee, klar. Ja, sicher. Bombe liegt hier, Zwiebel bei mir. Ein Gegner verbleibt. Boah! Feindliche Anklänge. Besicherung des Behälters. Einstellen. Sehr gut. Gegner. Gehen wir auf. Wir sollen hier einfach ganz zerfen. Der Pulitzer Grimm macht andauernd. E-Gefängladung. Ich bin in den Tankhaus. Der Puls war mit Schirmbau. Ich habe noch 40 Sekunden. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Und ich bin in den Tankhaus. 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 Nur noch einer vom eigenen Truppen. Ein Gegner verbleibt. Feindliche Anklänge. Besicherung des Behälters und sich auf die Fahrzeuge einstellen. Sehr gut.